Manche lieben dich, manche heben sich für dich auf, manche segnen dich, setz ein Segel nicht, denn der Wind das Meer aufbraucht. Am 22. März fand die Vernissage der Ausstellung Aus dem Rahmenfallen im Bennohaus statt. Seit 1999 beschäftigt sich die Münsteranerin Elke Oppenauer mit der Kildkunst und fertigt unterschiedliche textile Wandkunstwerke an, die sie aus einzelnen Stoffstücken aufwendig per Hand zusammennäht. Auf der Ausstellungseröffnung teilte sie dem Publikum mit, welche Gedanken hinter den vielen traditionellen Mustern, außergewöhnlichen Stoffen und beeindruckenden Farben stecken. Musikalisch unterstützt wurde die Vernissage durch das Trio Crazy Dog. Bei Sekt und Fingerfood konnten sich die Gäste mit der Künstlerin über die Werke austauschen und den Abend ausklingen lassen. Applaus Applaus Applaus